Es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften haben keine spielerische Linie gehabt. Die Torschanzen waren schon bei beiden sehr zufällig. Wir haben drei Situationen gehabt vor dem Tor. Da muss eine Spielerin einfach nur mal den Fuß enthalten, dann ist das Ding drin, funktioniert nicht. Dann kommen wir durch das unglückliche Eigentor. Wir wollen den Ball erklären, der Ball kommt auf den Kopf einer Spielerin in die falsche Richtung. Das hat uns einfach aus dem Spiel gebracht. Dann waren einfach die Situationen so, dass wir keinen Zugriff mehr gekriegt haben. Dann das 3-0-Fernschuss aus knapp 25 Metern, wo wir im Spielaufbau sind, die unsere Torhüter auf dem Weg nach vorne sind und der Ball über sie hinweg geht. Unglücklich, aber ich denke mal, das entspricht dem Spielverlauf. Beide Mannschaften haben hier nicht überzeugt, aber Bergriff war letztendlich büssiger. DRIVING Trainern 3 0 1 1 2 2 2